Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Höflichen und vom Baustein. Heute reden wir über das Thema Sanitär und der Ju hat sogar ein Dusch-WC. Darüber sprechen wir mal, wie früher im Verkaufsgespräch, wo der Ju beim Sanitär da war, wie er erzählt hat, wie unangenehm das früher war, mit Leuten zu sprechen im Vergleich zu heute. Und der Ju hat auch noch ein paar Anekdoten dazu. Ju, erzähl doch mal, was fällt denn eigentlich unter Sanitär? Ja, hallo von meiner Seite aus. Was fällt unter Sanitär? Gute Frage. Ich würde mal sagen, alles, was so ein Bad ist und mit Körperpflege zu tun hat, sei es jetzt Waschbecken oder auch WC. Gehört ja genauso zur Körperpflege. Dusche, Badewanne. Genau. Also in unseren Bereichen ist es ja üblich, dass man ein WC hat. Es gibt auch andere Länder, da ist es nicht üblich. Das stimmt ja auch, der Plumpsklo oder so. Ja. Okay, gehört die Gießkanne auch zu Sanitär nehmen, aber könntest ja auch. Könnt schon, ja. Das ist dann die Standardausstattung. Richtig, ja. Wie bist du rangegangen, als du dich um das Thema Sanitär gekümmert hast? Ich kann mir richtig vorstellen, dass es extrem breites Feld ist, mit mega den Preisspannen. Wie bist du da vorgegangen? Also zuerst habe ich mir eben den Handwerksbetrieb, der, wo mir das Angebot erstellt hat, der hat mir gesagt, wie ich es machen muss, weil ich wusste vorher auch nicht, wie das funktioniert. Und zwar ist es so, es gibt so verschiedene Badausstellungen und das sind dann glaube ich so die Großhändler und von denen beziehen dann die Monteure oder die Fachbetriebe, die es dann bei dir montieren, ihr Material. Okay. Und die sagen dir dann, wo man hingehen kann, wo die eben als Käufer oder als Betrieb gelistet sind. Und dann gehst du da hin und kannst dich beraten lassen und dir schöne Dinge aussuchen. Aber die Handwerker beraten dich gar nicht? Also wenn du die fragst, wahrscheinlich dann schon. Wahrscheinlich schon, aber die haben jetzt hier keine Badewanne oder ein Waschbecken oder irgendeine Armatur dabei. Ja, deshalb, genau, muss man halt da hingehen und das ist dann immer ganz schön dort alles ausgestellt. Okay. Was nur komisch ist, du weißt, wenn du dort bist, nicht, was es kostet. Also du suchst dir was aus. Je nachdem, was dir gefällt, die sagen dir dann natürlich schon, in welcher Preisspanne sich das bewegt. Aber wenn du jetzt eine Badewanne anguckst, dann weißt du jetzt nicht, ob die, keine Ahnung, was jetzt eine Badewanne kostet, 100 Euro kostet oder 1000 Euro. Aber weißt du, warum, ich kann mir das schon vorstellen, dass wenn man in so eine Ausstellung geht und du siehst eine geile Badewanne, dass du emotional Bock auf diese Badewanne hast und die wollen dich ja von dem Preis erstmal lösen und dass du, oder? Es geht schon ums Verkaufen. Oder das sind ja so Großbetriebe eigentlich und ich denke, dass halt jeder Fachbetrieb, das später bei dir montiert, dann halt auch andere Einkaufspreise bei denen hat und auch vielleicht unterschiedlich viel an dem, was er dir dann verkauft oder verdienen will. Ja, das kann auch sein. Ja, das wird wahrscheinlich auch so sein. Ich denke, dass es eher so ist. Vielleicht auch eine Mischung von beidem, gib mir mal ein bisschen recht. Ja, komm, hast du recht. Also du warst dort bei einem Großhändler, hast du dir das angeschaut? Ja. Warst du irgendwie bei einer Messe oder sowas? Ne, ich war bei drei verschiedenen Großhändlern, wo ich hingehen konnte, ja. Okay, und dann habe ich mich dort beraten lassen, ja, habe gesagt, ich habe zwei Bäder und mit der und der Größe, habe auch Pläne mitgenommen. Okay. Und dann hat er mir eben ein paar, oder uns, ein paar Sachen gezeigt. Warum hast du dich dann, also hast du dich für einen speziellen entschieden gehabt oder hast du von allen drei, keine Ahnung, bei dem einen hast du Klo geholt, bei dem anderen hast du die Badewanne geholt? Oder hast du dich nur dann auf einen festgelegt? Ne, ich habe mich tatsächlich auf wirklich von allen drei was gekauft, weil zwei hatten zum Beispiel dasselbe Waschbecken und bei dem einen war es einfach günstiger. Okay. Also, und dann habe ich natürlich gesagt, ja, dann hätte ich gerne das günstigere. Also da hat man dann schon gesehen, dass der Sanitärbetrieb auch unterschiedliche Preise eben hat. Okay. Ich hatte aber einen Händler, von dem ich die meisten Dinge schon geholt habe. Okay. Also so. Jetzt erzähl doch mal von deinem Duschwitz. Genau. Also erzähl doch erstmal, was ist ein Duschwitz. Komm, Juh. Ich kann es dir auch übernehmen, wenn du willst. Ich versuche es mal. Vielleicht kannst du es noch detaillierter ausführen. Denk dran, welche Zielgruppe wir jetzt ansprechen wollen. Eigentlich ist ein Duschwitz was Geniales. Und der Verkäufer hat mir gesagt, in asiatischen Räumen, ich glaube vor allem auch in Japan und so, ist das völlig normal, dass man ein Duschwitz hat. Also für ein Duschwitz, ja, du hast keine schmutzigen Hände und so weiter und du wirst einfach mit Wasser gereinigt, nachdem du dein großes Geschäft bei uns erledigt hast und die Frauen können sich natürlich auch, wie das noch wie ein BD zum Beispiel nutzen. Okay. BD. BD. Und das Klopapier nimmst du dann einfach nur zum Trocknen machen? Ja, es gibt auch welche, die föhnen, glaube ich, noch und ein Kontrollklopapier. Krass, also wird deine Frisur dann zurecht geföhnt. Genau. Und, also ich wollte noch sagen, ich war in Thailand im Urlaub und dort ist dann tatsächlich eine Duschbrause neben dem Klo und damit können die sich auch reinigen und die reinigen dadurch auch das Klo an sich und in jedem Bad ist auch nochmal ein Abfluss. Also die können das komplett überschwemmen und das war in Dubai auch, da war auf jedem öffentlichen WC, dann in jedem Klo war eine Duschbrause und da ist einer durchgegangen und der hat es unter Wasser gesetzt, das Klo. Also das sind wir in Deutschland ja hinterher, oder? Da meinen wir, Europäer sind so fortschrittlich, aber putzen uns immer noch mit der Hand den Allerwertesten ab. Den Allerwertesten ab, genau. Also das sind andere Kulturen wesentlich fortschrittlicher, finde ich. Und auf jeden Fall hat der Käufer uns dann auch davon überzeugt oder wir, ja, fanden das eigentlich auch ganz interessant, kannten das beide vorher nicht, haben es auch in der Ausstellung natürlich nicht testen können. Steht immer dran, man soll die WCs dort nicht benutzen, wie auch bei Ikea oder so. Aber das Bild wäre geil, das Bild wäre geil, du setzt dich da hin, nimmst du auch die Zeitung mit oder so, hockst dich da hin, ballerst einen rein und lässt dir dann schön hier deine Frisur föhnen. Ja, geil. Okay. Ja, wir haben uns dann, da gibt es ja auch Preisspannend von, wir haben uns dann so für das Einsteigermodell entschieden, um dann, ja, man weiß ja nicht, ob es einem überhaupt passt oder ob es vielleicht irgendwie unangenehm ist. Ja. Der Verkäufer hat aber auch erzählt, dass es früher relativ schwierig war, so WCs zu verkaufen, weil man da halt schon bei manchen Personen ziemlich stark oder bei allen in die Privats- oder Intimsphäre eingreift, wenn er jetzt einem da erzählt, wie man sich zu reinigen hat, nachdem man auf dem WC war. Ja, das war früher schon einfach, ja, klar, jetzt ist, weiß ich nicht, jetzt ist auch nicht so, wir haben Freunde, also wir sind ja sehr offen miteinander und so, wir kennen uns ja schon ewig und bla, aber wir haben ja auch Freunde in unserem Freundeskreis, da merkt man dann schon wieder auch die Unterschiede, dass die doch nicht so offen sind und da bin ich manchmal erschrocken, weil, ja, das ist ja alles normal und warum sollen wir nicht drüber, genauso wie jetzt, wenn jemand unseren Podcast hört und denkt, irgendwie reden, die ja dann sollen sie halt wegschalten, du weißt? Also, für uns ist das völlig normal und manche können ja nicht mehr mit ihrer Partnerin oder Partner drüber sprechen. Richtig, genau. Und dann hat es natürlich den Verkäufer dann auch schwieriger. Voll. Also, klar. Wie gehst du das Thema an, wie sprichst du das an und das ist ein tolles Produkt auf jeden Fall, ja, wo einiges erleichtert und dann im Endeffekt auch papiersparend ist, ja. Genau. Cool, ja. Ja. Genau, dann haben wir uns für das Dusch-WC entschieden, die Drückerplatten, also eine Drückerplatte ist damit, wo man eben die Klospülung auslöst, fanden wir auch alle hässlich, dann haben wir uns da auch für die relativ teure Variante entscheiden müssen, wo eben nur eine klare, schlichte Glasoberfläche hat. Ja, ansonsten natürlich... Dass es nicht so ein Sportheim-Feeling hat. Ja, genau. Was haben wir noch? Regenduschkopf. Okay. Eine schöne Regenbrause, das war mir wichtig. Ich dusche ja gern. Wir haben auch eine große Badewanne, aber die haben wir erst einmal benutzt. Okay. Wir können ja beide eigentlich nicht baden, aber die Badewanne ist eigentlich schon zum Mittelpunkt des Bades, kann man schon sagen. Die Badewanne wurde auch von dem Schrei noch verkleidet. Da haben wir auch den Parkett, den wir hier liegen haben, dann einfach als Holz genommen. Genauso wie den Waschtisch-Unterschrank, den hat auch der Schreiner gemacht und auch mit dem Parkett verkleidet. Okay. Muss man halt aufpassen und kein stehendes Wasser haben, dann funktioniert das schon. Mhm. Genau. Als Waschbecken hier in dem oberen Bad, ich gucke jetzt immer so rüber, du auch, weil wir genau neben dem Bad sitzen, ist ein Korean, das ist ein Mineralwerkstoff und hat so ein bisschen eine matte Optik, in weiß. Hat uns beiden eigentlich relativ gut gefallen, das Glänzendes und mal ein bisschen was anderes, das Matte. Und das kann man sich dann eben in der jeweiligen Größe, wie man es braucht, auch anfertigen lassen. Das war auch ein bisschen Stress, wo ihr das einbauen lassen habt, oder? Ja, das war alles ein bisschen schwierig, weil wir lange nicht wussten, welche Größe. Dann kann man sich verschiedene Waschbeckenformen da noch aussuchen. Dann mit dem Unterschrank, weil der ja noch einen Unterschrank braucht, war es auch nicht so ganz einfach, weil die unterschränkenden Badausstellungen sind relativ teuer. Mhm. Und dann haben wir uns das eben auch vom Schreiner, wie schon gesagt, anfertigen lassen, was dann im Verhältnis eigentlich schon deutlich günstiger war. Man denkt zwar immer, Schreiner ist teuer, aber das kann ich jetzt so nicht bestätigen. Und vor allem passt es am Ende, ne? Ja, und es passt einfach und es steht und da muss man nichts mehr dran machen. Genau. Es ist ein ordentlich abgeschlossenes Projekt. Ja. Ja. Genau, die Duschtrennscheiben, also ich habe noch zwei Duschtrennscheiben für zwei Duschen, die kann man sich dann auch in den Ausstellungen aussuchen und sich dann auch von dem Sanitärer einbauen lassen. Das habe ich aber nicht so gemacht. Ich habe das von dem machen lassen, der bei mir hier auch den ganzen Innenausbau und die Fliesen gelegt hat, weil es einfach dadurch dann auch nochmal ein bisschen günstiger war. Okay. Und wie hast du das ganze Material anliefern lassen oder hast du das selber teilweise? Genau, ich habe das Angebot dann von meinem Sanitärfachbetrieb bekommen und die ganze Bestellung und so weiter, habe ich nur gesagt, was ich will und die Bestellung läuft dann eben über ihn, weil er weiß dann auch, welches Anschlussmaterial er noch braucht und er baut es ja auch ein. Und der lässt sich das dann auch, der hat es dann mitgebracht eben, wo es vom Zeitpunkt her reingepasst hat, dass es hier eingebaut werden muss. Okay, also das hat er selber dann gemacht, da hast du nichts. Hast du irgendwas selber gemacht gehabt hier an seinem Sanitär? Nee. Er hat gar nichts. Nur den Abriss. Also okay, nur den Abriss, haben wir ja schon mal drüber gesprochen, dass wir die alte Badewanne und so rausgerissen haben. Und die Pläne zu dem, also das hat jetzt zwar nichts mit Sanitär an sich zu tun, aber über den Plan vom Bad haben wir ja auch schon mal drüber gesprochen. Kannst du das nochmal kurz zusammenfassen, wie du da vorgegangen bist, gerade wegen der Badewanne und wegen der Dusche hier im oberen Bereich, wegen deiner Dachschräge? Ja, da haben wir eben, wir haben uns kleine Modelle gebastelt, wo eben was ist und wie hoch was ist und wie es dann auch eben gut aussieht. Wir haben auch mal überlegt, das Waschbecken noch über das, also die Ablagefläche vom Waschbecken noch über die Dusche, äh Quatsch, über die Badewanne weiterlaufen zu lassen. Haben wir dann aber nicht gemacht, weil es einfach ein bisschen komisch aussieht und das hätten wir auch nicht wirklich nutzen können. Ja, ansonsten haben wir halt geschaut, wo was mit der Dachschräge hinpasst und haben es dann dementsprechend geplant, dass man auch noch aufstehen kann, wenn man auf dem Klo ist, haben wir ja auch schon mal erwähnt. Ja. Und nicht schon gebückt hinlaufen. Ja, das ist richtig, ja. Ja, schon in Sitzstellung, schon aufs Klo vorbereitet. Ja, bitte ziehen Sie Ihre Hose schon aus, bevor Sie ins Bad reinlaufen, dass Sie dann immer noch hinhocken müssen. Ne, so ist es ja nicht. Okay, ähm, Ju, hast du noch irgendwelche Themen oder irgendwelche Tipps, was du mitgeben könntest bezüglich Sanitär, Beratung, ähm, soll man sich da Zeit lassen in der Beratung oder gleich das Erste, weil es kommt nichts Besseres oder im Internet schon mal informieren? Man kann auch im Internet schauen, aber ja, im Internet schauen würde es nicht viel bringen, wenn man es einbauen lässt, weil die Betriebe eben halt von ihren Großhändlern die Sachen beziehen. Ich würde schon mehrere Ausstellungen besuchen gehen, weil es, klar gibt es, manche Produkte sind überall dieselben, aber man findet da auch schon immer gute, ähm, ja, Ideen, wie man auch sein Bad gestalten kann. Also sollte man sich dann vor Ort dann am liebsten mal angucken, oder? Genau, und beraten lassen und dann alles auswählen. Okay, super. Ähm, Ju, vielen Dank. Ähm, das Thema Sanitär ist, auch wenn das jetzt nicht 20 Minuten füllt, trotzdem ein ganz wichtiges Thema, weil im Endeffekt hast du jeden Tag was damit zu tun, ob morgens oder abends, oder zweimal am Tag. Ja. Ähm, ja, vielen Dank und danke fürs Zuhören und bis bald. Ciao. Ciao.